hallo alle zusammen und zwar rf hier ist angesagt ich bin hier am bärensee ja und zwar soll es um den fangen fisch gehen und zwar um die laube ich habe vor acht minuten hier direkt die erste laube gefangen und sie bringt eine trophy sogar naja ein gewässer rekord okay die bohren ist gemacht 55 63 der spot die tiefe 17 einfach hier nach vorne raus und gibt es nichts schweres bei haken 20 fliege bremse als köder hier und gut ist also das war ein kurzes zocken ihr wollt kurz wie schon gerade gesagt ja bei den trophies bierensee die laube abhaken zack erledigt spot scheint zu laufen wird das aber jetzt nicht weiter üben mir recht ist ich wollte nur die trophy abhaken und kam ein gewisser rekord bei rum naja wahrscheinlich nicht für lange jetzt aber was soll es bei den deutschen die laube der erste laube auf platz zwei bin ich jetzt aber man sieht schon hier 19 19 19 19 also wird wahrscheinlich ziemlich schnell abgelöst werden was soll es alles klar das war es schon jetzt schon noch der kurze viel spaß dabei tschau tschau bis zum nächsten mal